Hallo, ich bin der Markus Bink, komme aus Österreich, bin geboren in Kärnten und wohne in Burgenland. Mein letzter Verein war Shanghai-Board, mit dem bin ich Meister geworden. Und jetzt freue ich mich auf das Abenteuer oder auf das Spiel Sandhausen. Dann starten wir mit den Entscheidungsfragen. Schwarz oder Weiß? Weiß, weil ich ja immer gerne mit weißen Fußballschulen spiele. Frühaufsteher oder Nachtäule? Ich bin Familienvater, ich bin Frühaufsteher. Superheld oder Superschurke? Superheld, allerdings fällt mir da noch eine Begründung ein, weil mein größerer Sohn sehr auf die Superhelden steht. Großstadt oder Dorf? Ich habe dort und dort schon gelebt, bin aber eher Dorf. Realist oder Träumer? Ich bin Realist, ich glaube, ich kann die Sachen auch ganz gut einschätzen und deswegen Realist. Singen oder Tanzen? Am besten gar nichts, aber wenn ich mir aussuchen muss, wäre ich wahrscheinlich Singen. Kaffee oder Tee? Kaffee, definitiv Kaffee, ohne den geht es gar nicht. Kaffee, das ist gar nicht. Wir correctly dit, wir sind in den Kommentaren und 정berg. Kaffee, das Animный Stab Deutschland. Kaffee, das macht denampf! die Welt.